Musik Hallo, die große Freude mit Olsdorf, bleiben Sie am ehemaligen, wenn Sie die Riemann treffen, Olsdorö, und zum Mannerschaft! Musik 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 Es ist ein bisschen eng auf der Bühne, aber es passt, aber es passt. Musik 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 Funktioniert! So, Bevor ich drei Fahrer dir das Wort übergebe, erst davor meine Teil aus Brunsum, denn wir haben es schon angekündigt bei eurer Proclamation, bei eurer Hofburgeröffnung und auch gestern bei der Altweiber Fasnacht. Es gibt da einen Orden, und der ist nur für Prinzen und Prinzessinnen aus Brunsum und für das Stadtprinzenpaar von Brunsum, von Alsdorf. Und das ist die Orde von Trampeltrü, und die bekommt ihr jetzt von unserem Vorsitzenden René Engelen und der Orden signalisiert, dass wir euch unterstützen, aus Brunsum, nach Alsdorf. aus Brunsum für die Prinzessin in Brunsun, aus Brunsum, und auch für die Prinzessin. wir unterstützen die Pir comenical des Prinzums. Aus Brunsum ist auch ... aus Brunsum auss万er. aus Brunsum auf eine Brunsum. Und dann haben wir noch zwei Ordens zu verteilen. Auch der Bürgermeister Alfred Sonders ist dabei. Alfred, komm nach vorne. Die Geschäftsführerin, auch sie bekommt die Stationsordnung von Karlsruhe. Lass mich auf den Dekorierten und den Prinzenpaar ausrufen. Ein dreimal kräftiges für das Prinzenpaar. Alfred, Brunsum. Harald, das Mikro ist für dir. Vielen Dank. Mein Niederland, es ist nicht doch gut, so ich muss auf Dutzbraten. Herzlich willkommen, Brunsum. Wie geht es euch? Ein tolles Bild. Oben haben wir schon jahrelang gefeiert, aber hier draußen herzlichen Glückwunsch. Also eine tolle Idee, draußen zu feiern. Rufen wir aus auf den herrlichen Karneval in drei Mal vielleicht in Alsdorf. Ja! Brunsum! Und Karneval! Ja! Ich gebe das Mikrofon weiter für eine kurze Ansprache unseres Bürgermeisters. Lieber Alfred, du hast das Wort. Ja. Damen und Herren, hartelijk bedankt für die Ödgenöderung nach Brunsum willkommen. Und ich bringe den harteligen Grüten von Namens Rat in die Gemeindebistur von Alsdorf hier nach Brunsum in unsere 30 Jahre Partnerschaft zwischen unserer Gemeinde. Sind wir gerne gekommen von Abend mit uns Prinzenpaar in Prinzengarde in von Fahrenzug in die Grüte mit den drei Mal von Hartel, Brunsum, Alsdorf und unser Fasten Offen. Ja! Viel Spaß an die nächsten Tage hier in Brunsum. Ihr macht den fantastischsten Fasten Offen und mag wieder so vor der Tour kommen. Danke. Wir kommen weiter zum Schönsten, was Alsdorf zu bieten hat. Unsere Prinzessin mit ihrem Prinzen. Ich gebe das Wort weiter. Lieber Jean, du hast das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier in Brunsum. Natürlich, wir waren bei der Ernennung, wir waren schon öfters hier bei euch und wir freuen uns immer wieder bei euch hier in Brunsum zu sein. Aber wir kommen ja nicht ohne, weil es gibt ja so Wünsche, die man hat. Deswegen wollen wir mal ein bisschen zusammen singen, oder? Dann starten wir mal das Lied Nummer zwei. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Rufen wir aus auf die herrlichen Gesange in Treiber von Herzlalsdorf, Rundsum und Fasste Lovend. Die Stimme unseres Prinzen ist leider ein wenig angenagt. Ich bitte auf die Bühne zum Prinzen, Stad Jürgen Prinz, Kenji der Erste, Prinz Daniel der Erste, Prinz Leon der Erste und Prinzessin Marjoling von Würst, Richard Stolarski und Randy de Raik, KRW. Auf die Bühne zum Prinzen, bitte. Ein bisschen Hintergrundmusik, bitte. Ich bitte auf die Bühne zum Prinzen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020